hallo youtube ja ich wollte euch ein kleines kurz info video machen was ich mir so überlegt habe und zwar seht ihr ja dass heute abend die premiere von drags dogma läuft und das gute an premiären ist immer dass man chatten kann und ich habe mir folgendes überlegt für die spiele die öfters bei mir laufen wie zum beispiel starfield und skyrim dass ich das auch ansetzt aber nicht jedes jeder part sondern zum beispiel heute ist der 42 part rausgekommen ich würde sagen der 45 part und der 50 part immer so abwechselnd also jeder fünfte park der dann kommt dann wieder 55 und bei skyrim ist es genauso da ist der 73 part rausgekommen da würde ich dann den 75 part als premiere festlegen einfach nur dass man halt miteinander chatten kann sich unterhalten kann auch wenn man die spiele nicht mag einfach vorbeikommen und zum beispiel mit tipps geben welche spiele gut sind welche spiele man let's playen kann was ihr gerne sehen wollen solche sachen halt also ich freue mich wenn ihr einfach mal vorbeischaut ihr seht ja wann immer die primären dann sind ich werde sie frühzeitig freischalten und ja bis dahin macht's gut